Musik 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 Vielgut Podcast, Solo-Folge, Abend, Freitag, ähm, wieviel denn ist überhaupt? Äh, 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 24. Februar. So, und, ähm, ich melde mich, äh, einmal mehr, äh, aus, aus nicht ganz vorhersehbaren Gründen, nämlich, äh, was unser Gast von dieser Woche, ähm, oder war, unser Gast gesehen und ist wieder krank, also so halb immer noch und wieder und, äh, wir haben schon mal verschoben und so weiter und so fort. Also, wir haben gehofft, dass es klappt, bis zum letzten Moment gewartet und es hat nicht geklappt und, ähm, wenn denn die Person mal zu Gast ist, äh, werden wir sicher darüber reden. Ich möchte aber jetzt, äh, natürlich nicht anfangen, so, irgendwelche Sachen ausplaudern, wo man nicht sollte. Drum, an der Stelle, falls die Person los, ganz, ganz gute Besserung, ähm, ähm, auch noch auf dem Weg. Ich hoffe, äh, das wird alles sehr schnell, sehr, wieder viel besser. Deutsch, hallo, wenn kommst du zu mir zurück, falls du jemals da gewesen bist. Äh, ähm, ich weiss es nicht. Es ist irgendwie so ein komisches Phänomen, dass, wenn man ein Mikrofon vor dem Mund hat, dass man auf einmal nicht mehr reden kann, ja. Das merke ich immer, wenn wir das perfekte Dinner schauen, zum Beispiel, da gibt es grossartige Satzstellungen, die dort auf einmal entstehen. Einfach, weil die Leute sich nicht gewöhnt sind, ein Mikrofon vor dem Mund zu haben und denen so, ähm, ja, essen gerne, tatsächlich, ähm, genau. Das ist zum Beispiel ein Satz, den man wahrscheinlich öfters könnte hören. Ähm, nur dumm, dass ich das ja eigentlich professionell mache und trotzdem nicht kann reden. Aber, ich habe nur schnell wollen sagen, ich melde mich per Solo-Folg aus diesem Grund, ähm, und das, obwohl ich eigentlich gar nichts zu erzählen habe. Ich habe nichts zu erzählen und ich habe keine Zeit. Es ist nämlich jetzt, äh, was ist jetzt, zehn vor vier Uhr, ja. Ich habe bis jetzt geschafft, ein paar Termine gehabt, ähm, und, ähm, heute ist die neue Staffel Drive to Survive auf Netflix draussen. Und zwar schon seit ein paar Stunden. Das heisst, ich könnte jetzt schon fertig sein mit Schauen. Aber ich habe noch nicht mal angefangen. Und, ähm, ich muss, unbedingt, so schnell wie möglich, muss ich das schauen. Das heisst, ähm, die Folge da wird jetzt wahrscheinlich nicht allzu lang gehen. Und, äh, nachher, ich bin schon bereit. Also, ich bin, ich bin schon, ähm, ich bin schon da so in bequemer Position mit Sicht auf den Fernsehen. Ich muss dann nachher nur noch anstellen und sofort die erste Folge drücken. Und so wie ich meinen Netflix-Algorithmus kenne, wird wahrscheinlich, bevor ich überhaupt Netflix aufmache, wird es schon aufpoppen. Drive to Survive, neue Staffel, äh, wir lassen es für dich schon laufen. Du musst gar nicht mehr drücken. Also wahrscheinlich, wenn ich schon nur den Fernseher anmache, kommt das Netflix-Intro und die erste Folge von der fünften Staffel Drive to Survive läuft. Ähm, ich möchte aber trotzdem noch ganz kurz mich melden, ähm, zum Danken sagen. Und zwar, danke den Menschen, die am Zeitstieg, letzten Zeitstieg, 21. Februar, ins Bernhard Theater Zürich gekommen sind. Das ist sicher, ja, sicher eine von den geilsten Shows gesehen, die ich jemals gehabt habe. Ja, ähm, persönlich irgendwie, einfach habe ich mega Bock gehabt. Bin hinter dem Vorhang gesehen und habe es nicht glauben können, dass ich mal in diesem Theater solo spiele. Das ist, äh, ein von den Lebensträumen, die ich mir habe dürfen erfüllen. Und, stimmig gut, ich bin da hinter dem Vorhang und, und habe wirklich Gänsehaut bis zum Gehtnachmehr. Ja, und, äh, Zürich ist bis jetzt immer geil gewesen, Solo. Ähm, im Kaufleute habe ich bis jetzt den Solo gespielt, früher noch im, äh, jetzigen Comedy-Haus. Damals hat es aber noch ein Boulevard-Theater geheissen. Und, ähm, im Weissen Wind habe ich auch noch gespielt, ja. Und, ähm, ein paar Shows sind besser gelaufen, ein paar sind weniger gelaufen. Aber, ich sage jetzt so, die letzten fünf Jahre ist in Zürich wirklich massiv etwas abgegangen bei meinen Solo-Shows. Und, und ich weiss nicht genau, was, was der Tipping-Point gewesen ist, aber ich weiss noch, das ist dann vor allem so um 17, glaube ich. 17 oder 18 spiele ich im Kaufleute. Und, es ist so abgegangen, dass nachher die Leute, die mit mir dabei gewesen sind, und ich habe mir so gesagt, wow, das ist jetzt so, das ist jetzt so, vom Energie-Level und Lacher und Stimmung, das ist jetzt wie in Basel. Und Basel ist meine Heimatstadt, und, äh, da geht es logisch und weiss mega ab, wenn ich spiele. Also, ich glaube nicht mal wegen mir, sondern einfach irgendwie, ja, weil es Leute sind, die man kennt, und irgendwie, die kennen auch Leute, und es ist irgendwie, es war so etwas Familiars, oder? Und, dort haben wir eigentlich schon gesagt, okay, jetzt sind wir langsam in so, gefühlt sind wir auf Basel-Level. Und, dann habe ich in Basel gespielt, und dort ist dann nochmal ein neues Level geworden, wo ich bis dort nicht gewusst habe, dass es das gibt. Also, richtig crazy gesehen, und trotzdem merke ich immer wie mehr, ich weiss nicht, wie viele Levels wir noch hochgehen können, Aber, das jetzt am Dienstag ist nochmal ein Level mehr gewesen, und, äh, der Matteo hat Support gespielt, und, laut seinen Worten hat er den heftigsten Applaus ever gekriegt, und, schon nur da, wirklich, schon nur für das möchte ich euch danke sagen, allen Menschen, die gekommen sind, äh, ich habe so eine Freude gehabt, schon nur, als er auf der Bühne war, und, einfach, die Leute haben, die Leute haben, die Leute haben checked, was Stand-up ist, ähm, die Leute sind parat gewesen, und haben Stimmung gemacht, und, am Schluss, haben die Leute ihn, wirklich, in Verlegenheit klatscht. Das muss man zuerst mal herkriegen, bei dem Matteo, dass der verlägen wird. Und schon nur das hat mir Freude bereitet, weil, ähm, mit dem kann ich jetzt wieder meine Macht im Gegenüber ausspielen. Nein, sondern einfach, äh, es ist scherzig, wenn so ein, wenn so ein, so ein lauter Bub, ja, ja, der Matteo, gell, so ein lauter Bub, immer wieder mal ein Spruch auf der Lippe, gell, und, ähm, ja, wenn der dann einfach nicht mehr weiss, was zu machen, und sich so komisch verbeugt, ich habe es extra gefilmt, und irgendwann, irgendwann, in einem guten Moment, werde ich das nicht mehr posten. Wenn er so, äh, das Kunti-Loch hat noch einen, und er hat einfach nicht mehr gewusst, was zu machen. Und nachher durfte ich auftreten, und, äh, die Show war geil, und wirklich, nachher, die, die Begegnungen, die ich noch haben durfte, mit den Menschen, die schauen sind, äh, von lustig zu wahnsinnig berierend, ist alles dabei gewesen, und es hat richtig, richtig Bock gemacht, ja, also, die Geschichte von dieser Show ist ja eh speziell, weil, im 2020 hatte ich im November in Zürich gespielt, haben wir verschoben, auf November 21, haben wir wieder verschoben, und dann zusammengeschoben, weil November 22 hatte ich mussten spielen, hat es nicht gebraucht, weil der Termin, den ich jetzt hatte, im Bernhard-Theater, ist schon gefixt gewesen. Mein Ziel war mal, dass ich zweimal in Zürich spiele, nämlich, eben, irgendwann, Anfang, Pandemie, und einmal an die Pandemie, nein, also, und eine Anfang-Tour, an die Tour, und, ähm, das hätte, eben, aus den bekannten Gründen nicht geklappt, und darum haben wir dann gesagt, wir können nicht mehr verschieben, sondern wir nehmen halt die Bernhard-Show, und tun die Tickets, die schon verkauft sind, dort überzügeln. Äh, viele haben das irgendwie auch mitgelegt, und haben es geschafft, mit ihren alten Tickets zu kommen, und der richtige Krache ist aber, dass ich im 2019, ja, Herbst 2019, so Pre-Sale-Tickets an meinem damaligen Solo-Auftritt in Zürich verkauft habe. Das haben wir ja gemacht, wo ich noch meinen Jahresrhythmus hatte, jedes Jahr ein neues Programm, der hat man auch immer etwa zur gleichen Zeit am gleichen Ort gespielt, also habe ich schon sagen, hey, so, heute in einem Jahr plus minus spiele ich wieder da in dieser Location, wir haben hier Tickets, äh, mit ein bisschen Rabatt, als Dankeschön für die Menschen, die jetzt da sind, falls ihr wieder kommen wollt, und, ähm, und, äh, ja, was haben wir dort, irgendwie so 30 von denen haben wir verkauft gehabt, ja, das heisst, es gibt Menschen, die haben seit Herbst 2019, haben die Tickets gehabt für die Show, jetzt, und sind tatsächlich gekommen, und das, äh, pff, wirklich, kann ich mir nicht einmal, kann ich mir nicht einmal vorstellen, ja, nicht einmal ich plane soweit, oder, wenn ich jetzt nicht hätte, müsse auftreten, wer weiss, wo ich dann gesehen war, und, dass Menschen dann effektiv mit diesen Tickets gekommen sind, das hat mich wahnsinnig gefreut. Darum, an dieser Stelle, danke, 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 allen Menschen, die in Zürich sind zu schauen, ähm, eh, eine von den geilsten Locations, super Stimmung, alles bombastisch gesehen, äh, und darum, kleiner Werbeblock jetzt, wer noch will gehen, es gibt noch drei Chancen für mein aktueller Solo-Standoff in voller Länge, und zwar, alles im März, weil wir haben ja schon bald März, und zwar am 11. März, meinte ich, bin ich in Altstetten im Rheintal, Diogenes Theater, äh, es hat nur noch wenig Platz, ähm, was mich auch mega freut, danke an alle Menschen, die dort, äh, schon Tickets gekauft haben, und wollen kommen, ähm, das wird sicher bombastisch, ähm, am 17. 17., glaube ich, 17. März im Kesselhaus in Pfäfiken, Zürich-Oberland, äh, und Dernière, 25. März, Samstag, 25. März, im Kulturhaus Hebsen, Basel, machen wir noch grosse Sausen zum Abschluss. Das, die drei Chancen, das Solo-Programm noch kurz zu schauen, und, ähm, die neuen Termine werden immer wie mehr aufgeschaltet, wir haben jetzt schon bar online, alles zu sehen auf www.joel-von-mutzend-becher.ch Daten, Tickets, und so weiter und so fort, kommen entweder noch standaufgelügen, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, und sonst buchtet euch Tickets für das neue Programm Zero. Der Druck ist hoch, ich merke es immer wie mehr, ähm, aufgrund von, eben, wie viele Leute jetzt an Shows kommen, und, äh, wie es ihnen gefällt, und wie sie sagen, nächstes Mal kommen wir mal wieder, denke ich so, okay, also, ähm, wir haben so eine eigene Messlatte Eingnommen angesetzt, und, äh, das müssen wir jetzt irgendwie, natürlich, übertreffen. Also, in meinem Kopf bin ich jetzt so, dort, wo ich so denke, obwohl es sechste Solo-Programm wird sein, ich empfinde gerade, so, als würde ich mein zweites Solo-Programm schreiben. Also, wären die zehn Jahre jetzt, so, aufgebaut gewesen, es ist ein Solo-Programm, welches ich bis jetzt gespielt habe, nämlich das, wo die Leute jetzt sehen. Ähm, ich weiss, dass vorher schon Leute gekommen sind, aber, es fühlt sich gerade so an für mich. Und, das, was jetzt im Herbst kommt, wird, das Zweite sein. Also, so, das Richtige, so, der Olymp, das Grosse, der Olymp ist falsch gesagt, aber, so, der grosse Berg, den man jetzt erklimmen muss, ja. Vom, vom kleinen Matterhorn zum grossen Matterhorn, äh, vom Rieblehorn zum, Kabishorn, ich weiss doch auch nicht. Irgend sowas. Also, ich spüre den Druck, aber ich spüre auch die Motivation. Und, äh, ich habe das Gefühl, Druck ist ja auch etwas, was man sich selber gibt, ähm, damit, etwas passiert. Also, ich, habe überhaupt keine Sorge, sondern, ich bin wirklich sehr, sehr motiviert. Und, ähm, das zum Werbeblock. Und viel mehr habe ich nichts zu erzählen. Ich weiss, dass ich, äh, auch, mega gehypt bin, weil, nächste Woche, also, in, sehr, sehr wenigen Tagen, nämlich am Montag, am Vierjahrmorgen, ich, in Basel, in einem Gasstand, mit einer Larve auf dem Gründ, und danach hat alle Lichter abgegangen, und danach hat der Morgenstreich losgegangen, weil wir haben Basler Fasnacht. Und auch da habe ich so das Gefühl, letztes Jahr ist die erste gewesen, nach Pandemie, aber, alle sind sich noch so ein bisschen am, wieder einfinden gesehen, in dem Ganzen, und ich habe das Gefühl, diese Fasnacht jetzt, das wird so eine, das wird so eine richtige Fasnacht. So, wie es früher noch war. Ja, und, äh, freue mich wahnsinnig drauf, äh, viele Freunde, dabei, und, äh, einfach eine gute Zeit haben. Es klingt so abgedroschen, aber, freue mich sehr. Ich habe die Wetterprognose noch nicht angeschaut, da warte ich immer bis zum Schluss, weil sonst macht man sich irgendwie falsche Hoffnungen oder irgendwie falsche Nicht-Hoffnungen, sondern, es kommt am Schluss eh, wie es kommt, ja, und dann zieht man sich irgendwie an und auf einmal schifft es und auf einmal ist es irgendwie viel zu kalt oder es ist viel zu heiss. Das gehört alles dazu, aber ich bin auf jeden Fall sehr bereit, sehr motiviert, einerseits für die Fasnacht und andererseits, äh, für die rastlichen Termine, die noch kommen. Und, ähm, falls dir Fasnacht gemacht haben, oder gemacht haben, weil wir sind ja eigentlich immer die Letzten, Basler Fasnacht ist ja immer so zum Schluss, dann hörst du irgendwie schon, die Luzarner sind schon gewesen und irgendwie dort ist Scheinig gewesen und da und so, ähm, dann, äh, entweder wünsche ich euch noch eine ganz schöne Fasnacht oder ich hoffe, dass ihr eine schöne Fasnacht gehabt habt. Ähm, ich weiss, dass ich eine super Fasnacht wieder habe. Das ist die Mentalität, die man grundsätzlich muss haben, weil, ja, die Freude ist einfach so gross, ja, ich laufe dann wie ein kleiner Bub, laufe ich durch die, durch die Gassen, durch die Strasse und, äh, bin ich unter der Larve, bin ich am Smilen, definitiv. Und, ähm, schicke euch ganz liebe Grüße, einfach da raus. Ich habe wirklich nur gefunden, ich melde mich schnell, weil heute ja ein Erfolg würde rauskommen und, ähm, ich habe euch nicht ganz auf dem Trockenen lassen lassen. Äh, ich weiss nicht, wie viel euch das jetzt gebraucht hat, dass ich da so, ein bisschen über, äh, einen Auftritt in Zürich und Basler Fasnacht geredet habe. Aber, ähm, ich habe es schnell wollen. Der Mutzis schnell Hallo sagen. Hallo, Mutzis. Und, ähm, ja, schicke liebe Grüße. Hört euch gerne, seht lieb zueinander. Und, äh, wir hören uns ganz bald wieder. Weil, äh, etwa wenn Fasnacht ist, keine Ahnung, was nächsten Freitag rauskommt. Aber, äh, ich kann mir vorstellen, dass meine Stimme dann eher so ist. Also, macht's gut. Danke fürs Zuhören. Danke fürs, äh, Supporten. Und alles zusammen. Falls ihr etwas schreibt, über Podcast an joelvonmutzinbecher.ch Freue mich auf jegliche Nachrichten. Und jetzt, äh, wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Drive to survive. Ich komm. Piff. Pein游er. Allesoungeed. Ruf New Yorker Br Ich komm. Du com. Du neigst. sfx. Ich komm. Gud bl herz.